So, hier haben wir ein schönes Beispiel für ein Teak-Instrument, die wir anbieten. Die sind geölt, riechen, wie ich finde, sehr, sehr schön, sind von innen und außen geölt, haben alle einen schönen Schaltrichter, beziehungsweise hier im oberen Bereich Holzmundstück, in seltenen Fällen auch ein bisschen Wachs drauf, aber eigentlich mehr pur, das Holzmundstück. Die sind sehr schön anzuspielen, also es ist sehr angenehm, Gegendruck nicht zu viel, nicht zu wenig, je nach Länge, also da bitte genau schauen, habt ihr unterschiedliche Töne, je länger das Instrument ist, desto tiefer. So klingt es. Sowohl für schnelles und auch langsames Spiel geeignet. Das war jetzt ein Beispiel-Instrument, bitte anrufen, um die einzelnen Instrumente sich dann vielleicht am Telefon vorspielen zu lassen.